So Jungs, dann packen wir es jetzt. Ja. Schon nervös? Ja. Okay, jetzt. Jetzt sind wir so lange schon bei uns gesungen, da kann ja das gar nicht so schlimm sein. Dann möchten wir als Erster. Oh, 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 oh. Ah, ich kann mich noch erinnern, wie das bei mir war damals. Ah, das war schön. Am besten bin ich erlaubt. Der ganz letzte Mal. Ah, nein, nein. Allein, wenn man es sieht, bleibt immer die Luft weg. Da ist man dann immer ganz nervös. Ja, ich bin so nervös. Ja, ja. Nein, nein, das packt ihr schon. Also, ihr wartet nur einen Moment und ich schau mal rein, ob die Luft rein ist. Ja? Ja. Okay, also, dann packen wir. Warten Sie noch an Augen in Augen. Ja, natürlich. Ich will nicht als erstes, aber auch nicht als zweites. Ich will nicht als zweites, aber nicht als letztes. Ich will als letztes. Ich will als drittes und als letztes. Bei mir ist es egal. Okay, erzählst du. Erster. Ich geh nach. Nein, nein, nein. Du gehst. Nein, 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 nein. Ich nehm vierter. Dritter. 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 Vierter. Vierter. Es ist sehr schockt. Du musst warten und du bist der Erste. So, meine Herren. Das klingt auch lang. Neue Gesichter. Daher. Das macht man da drin. Also, jetzt kommt es schon mal rein. Ich möchte mal hier drin. Jetzt kommt ein Aläntgen. Komm aufges. Ja, los. Ich möchte ein Funkpleinchen raus. Also. Ich möchte mal hier drin. Lukas, alter Freund. Komm rauf. Kannst du so einigermaßen stehen so? Ja. Geht das? Ja. Gut. Also Lukas, jetzt schauen wir mal. Du bist ja alt bis. Alt zwei. Alt zwei. Das sind die Uralten dann schon, ne? Lukas, können wir irgendein Gotteslob-Lied singen? Beim letzten Abend male oder sowas? Dann sind wir schon ins Tom. Ja. Wie meinst Tom? Beim letzten Abend male? Na ja, gut. Beim letzten Abend male. Okay, singen wir. Beim letzten Abend male, die Nacht vor seinem Tod. Komm, Jesus, in den Sohle, wo tankend Wein und Brot. Jawoll. Gut. Komm noch mal. Na ja, Jesus. Und komm. Na ja, Jesus, in den Sohle, wo tankend Wein und Brot. Ja, das finde ich gut gemacht. Kriegst du das? Hä? Schwieriger als Fußballspielen. Erlebt noch, aber du Fußball spielen kannst eh noch nicht. Ja. Mit einem Hax jetzt. Mein lieber Freund, ja. Die alten Feger. Wie hast du denn das geschafft mit einem Haxen da? Beim Fußballspiel ist mir einer in der Turnhalle da hinten in den Kniekelle rein und bin nach vorne gesiegt. Also nach vorne gefallen. Dann hat der Arzt gesagt, das ist jetzt bei einem Band überdehnt und eins wird beinahe gerissen. Beinahe. Hm. Und sei Dank, wie kannst du das? Also gute Besserung dann, dass du es gut wieder hinhaut und dass du wieder fit wirst. Herr Kappel, auf geht's Andreas. Schön, dass du da bist. 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 Machen wir dich jetzt zum Richter vom hohen C. Und? Schön, dass du da bist. Aha. Komm, nochmal. Und? Schön, dass du da bist. Wiederschlag. Gut. Ja, gut gemacht, mein lieber. I. I. Noch mehr. H. 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 Da geht dein Herz halt schnell pur. Brauchst du ja doch nicht aufregend, oder? Wisst ! So ein bisschen. Macht nichts. Jetzt kriegen wir's vorhin. Einfach raus singen dann. Hie. Und. Hie. Ho. Ho. Das gehört, das gehört CDU. Dasgeht um ein Geschenkmal eigentlich nicht. Och hey. Ja, also dann danke ich euch allen Sünfen recht herzlich. Ich weiß nicht so recht, also ich bin ein bisschen leiser und bin nicht so hochgekommen, aber irgendwann klappt es doch. Wenn ich das genommen stimme, dann aus meiner Stimme. Also ich habe schon ganz voll gesiedelt eigentlich, muss ich schon sagen. Und auch in die Hände habe ich auch voll gespitzt, aber ich hoffe, dass ich helfen kann. Ich habe auch Angst gehabt und habe mir gedacht, jetzt muss ich stark sein, sonst schaffe ich es nie. Und wenn ich so nicht, dann würde ich es nicht besser kommen. Musik